recht herzlich willkommen zur 128 folge von grand age medieval ja wir hatten gerade noch eine dicke fette summe gesehen jetzt ist gerade wieder ein bisschen geld dazu gekommen die händler funktionieren dann vielleicht doch aber ich glaube jetzt geht hier erstmal gar nichts aufgrund von moralverlust geht da nichts los jetzt haben wir geld da nur die moral ist noch nicht da die jetzt sind ja die gehen tatsächlich schon hin und er hat auch moralverlust zack dann ist er raus alle mann zum gasthof genau da wollte ich hin und wir haben sogar 12.000 wieder da das ist ja super cool nicht neune wie letztes mal vermutet sondern 12 jetzt 227.000 paar mark mehr oder mark sind es ja nicht naja es läuft relativ schnell runter und gerade wieder verteidigende einheit in der nähe läuft nicht wirklich gut 130.000 so gucken dass wir geld einnehmen damit das klappt was wir vorhaben 10.000 einheiten nein wir haben keine mehr ausgehoben wäre auch schlecht jetzt und es auch keine und hier oben steht auch keine nein das war wirklich überlegen ob man die alle nochmal auswählen oder draufsteht ja so 10.000 da kommt sperr um ecke genauso ist es ja 2000 haben wir schon weg das geht relativ zügig wenn man so nimmt ich glaube die einheit könnte man auch auflösen nach und nicht wirklich was oder nur in städten möglich okay da geht dann dahin oder regeneriert die sich wieder naja doch dann lasse da stehen nochmal hier auswählen und die schicken wir auch noch da und diese einheit schicken wir auch noch da 8000 haben wir jetzt wieder das geld ist noch da könnte vielleicht diesmal klappen so unsere truppen das schaffen so die beiden steigen und der jetzt sind einheiten das funktioniert hier nicht warte mal dass die mal da ich brauche nur die einheit und schicke die mal nach da rein aber ich weiß nicht haben wir hier was in der hinsicht und die werden noch nicht mehr ausgebildet das sind ausbau 2 und ausbau 3 haben wir hier keine reitschule okay ja wird nicht lang dauern nur drei einheiten schaffen den schwer nicht oder wie sehe ich das oder kommen noch 189 zu jetzt sowieso nicht mehr hier sind wir bei 73 geld geht noch jetzt werden die einheiten angegriffen das läuft aber noch runter okay die müssen noch weiter regeneriert werden das war 270 300.000 geht also 7000 ist geschafft so wie es aussieht klappt es vielleicht dass wir der stadt jetzt gleich wieder erobern die beiden einheiten sind noch nicht regeneriert ganz warten wir drauf 6 5 220.000 an geld haben wir und da kommen noch zwei einheiten unsere einheit der weiterei wurde eben vernichtet ja sieht gerade nicht gut aus ich schicke die zwei mal da noch hin wir reiten los so jetzt läuft sie da ganz langsam und zwischendurch mal schneller aber hier läuft es nicht gut wir haben 240 an geld verliehen hier gerade männer haben hier 6000 gleich erreicht das ist nicht gut aber hier gehen die truppen von dem gegner jetzt doch schneller runter die schwertkämpfe müssten wir mal da gerade rausnehmen jawohl ich schicke die mal zur heilung und was war noch diese hier machen wir schicken wir auch zur heilung gehen die jetzt oder gehen die nicht ist gewalt ja und gerade noch so geklappt jetzt können wir die letzten leute von den gute idee sicher ok jetzt läuft sie ja wieder schneller die truppen sind weg da kriegen wir es ja noch hin die werden hier beide geheilt oder sieht auf jeden fall so aus geld ist bei 240 jetzt nur 140 ok ok truppen werden natürlich weniger so die können wieder dabei die gehen sich heilen die weiter brauchen noch was sollten die sich nicht heilen gehen unsere leute verlieren ziemlich stark nehmen wir noch 5300 sie ändert abfuhren oder was ist gerade passiert ja ich glaube wir ziehen wir hier noch was nach oder ob der schwertkämpfer der ist vielleicht nicht schlecht bilden wir da mal zwei dort aus 52 ok einer ist gleich wieder gesund so wird auch grün gute frage sicher zweite einheit wird geheilt auf geht auf geht wo denn da raus naja das ist schon weg glaube machen wir schwertkämpfer werden mehr müssen wir mal holen jetzt wie weit sind die noch orange jawohl noch nicht besser die schwertkämpfer kommt aber jetzt die neue einheit rüber der ist wohl verloren her die einheit ja jawohl auf geht's so jetzt nix rein da jetzt in den kampf jetzt kämpfen wir hier gegen den seine truppen und kriegen es nicht hin das kann es jetzt wieder nicht sein oder ist gewandt komm noch zwei einheiten machen jetzt hier müssen wir gucken dass wir das hinkriegen noch nicht dass die jetzt hier gleich wieder alle verloren gehen ne der ist fertig ok jawohl 47 aber das hier gefällt mir nicht man der 380 truppen hier noch da steht noch einer in der schlange wie sieht es hier aus dann kommen die müssen wir auch noch ausbilden jetzt ist so 4,6 also es zieht sich gerade das läuft hier sieht es mau aus ja wir belagern und kämpfen gleichzeitig müssen wir auch machen jawohl genau was fehlt hier? Essen? ne arbeiter fähren ok ziehen wir den mal raus wenn es denn geht ist die nächste sache ne so 138 die gehen jetzt runter ist noch keiner fertig sicher krieg ich den noch raus gezogen? ich glaube nicht oder? nö der wird sterben jawohl die bewegen sich alle nicht mehr ist gebongt der geht ist gebongt ziehen alle ab die zeit ist auch keiner einer da die kämpft jawohl gut die rüber holen wie begann wir noch? 3,9 ok läuft ziemlich schnell jetzt jetzt müssen wir mal gucken dass wir es hinkriegen ohne dass der gegner kommt auf geht's das war der speer der ist dann in die flucht gegangen 3,6 wird schon wieder angegriffen aber wir stehen da ein bisschen besser da ist gebongt da können wir doch die eine Truppe auf jeden fall schon runter schieben jawohl da wird nichts mehr produziert ne doch eine einheit noch da haben wir noch drei dabei müssen wir jetzt schaffen wir müssen diese stadt wieder bekommen ok 3,4 die eine kann wieder rein die geht zurück wenn sie es klappt die ist weg jetzt sind nur noch zwei einheiten ne da sind ein paar mehr aber läuft gerade sehr schlecht ne brauchen wir nur 3,3 machen hier noch ein paar in der ausbildung jetzt ok das dauert ewig wahrscheinlich keine rekruten da ne muss das sein ja muss sein lauf schnell dahin die beiden gehen da auch noch hin jetzt müssen wir das unbedingt schaffen hier noch zu halten ne 3 noch einer komm oh wieso keine moral mehr wir haben noch 200 geld machen wir gut läuft komm wieder hier hin dorthin und noch zwei hinterher schieben sicher das sieht jetzt besser aus und da sind wir gerade mal bei 3 also 3,2 sogar noch muss das sein ja der ist auch fertig auf den kampf so die einheiten schlagen wir jetzt gerade schnell jetzt sollte das wieder ein bisschen zu reagieren oder sicher stadt besetzen kommen ja es läuft schneller da sollen wir hin ja das ist der speer so 2,8 noch ich glaube wir kriegen es jetzt hin und ist noch mal einer hat fertig geworden ist gebockt da sollen wir hin ja immer noch 2000 noch wenn uns jetzt das geld kein schnippchen mehr schlägt dann kommen wir da mal einmal jetzt hin die stadt zu wieder zu besetzen und die können wir dann auch verteidigen denke ich ne 1200 wir haben 1000 einheiten da sollte diesmal klappen machen wir da müssen wir uns weiter nach süden vorkämpfen im endeffekt die haben schon moralverlust oder wie ne doch nicht noch gerade so die kurve gekriegt ne ok die stadt haben wir gleich das dauert nicht mehr lange 100 noch 50 30 200 wir haben es geschafft durch belagerung eine stadt erobert sicher so einige einheiten werden jetzt da in die stadt kommen und jetzt müssen wir gucken dass wir geld kriegen wie ist die stadt aufgestellt ziemlich gut ja das können wir alles ausbilden alles glaube ich hatte mal selbst die reiterei ist da morgen schützen wunderbar ja die schicken wir mal nach da obwohl da gerade eine hungersnote ist vielleicht schicken wir sie auch besser nach da hier sind ein paar leute drinnen genauso wie da oben die sollen sich jetzt erstmal erholen hier haben wir noch eine reserve von einer einheit die lassen wir mal da sitzen und dann müssen wir gucken dass wir jetzt den weg weiter hier runter angehen diese drei städte noch schlagen gut aber da machen wir in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann